Ja. Und... Boah, hier geht's ja ab. Oh, guck mal. Party. Oh ja. Party? Wenn der wenigstens hier was hätte. Was ist denn da los? Lauf lieber. Wohin? Ja, irgendwo hin. Lauf weg. Nein. Doch. Kann mich ja nicht entscheiden. Ja, da ist eh zu. Also musst du eh rumdrehen da lang. Boah, da war jemand da. Der, 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 der. Aber der hat die Tür zugemacht. Also geradeaus, ja. Ja, obwohl. Wir können doch mal gucken. Wir können doch mal dahin. Ich glaube, der hat keinen Bock, dich reinzulassen, ne? Ja, besser so. Oh. Ist das wieder so ein Labor, oder? So. Ah, ich glaube, ich weiß, was uns... Ich bin mir nicht sicher. Oder verwechsel ich das Spiel jetzt hier gerade? Ich wechsle mal. Mhm. So. Was haben wir hier? Da ist... Äh, da waren aber keine Klöpfenne. Hier am Pult, oder? War da irgendwas? Ich meine, da gibt es hier. Da. Und ich glaube, dann werden wir doch K.O. geschlagen, oder? Ja, wir können auch wechseln, ne? Sollen wir wechseln? Ja, warte, ich mach dir das noch. Oder danach, ja. Und danach. Ich meine, wir werden danach K.O. geschlagen. Und? Da ist er. Und wer ist es? Der eine. Er will es verhindern. Oh, der stirbt der jetzt. Ich weiß es gar nicht mehr. Ne, ich meine, ich weiß es gerade nicht. Oder? Der wird umgebracht von dem anderen, oder? Ob der Geist da jetzt kommt, oder so? Entweder der Geist, oder der Kochkiller da. Wie gesagt, ich kann ja gerne noch was zocken. Also, ich weiß gar nicht, wie lange zock ich denn jetzt? Ja, 20 Minuten fast. Echt? Cool. Also, das war jetzt echt mal... Ja, kannst du ja mal ein paar Hosen machen. Ja, Kinders, dann würde ich sagen, dann werden wir jetzt hier mal kurz wechseln. Und dann melden wir uns gleich wieder. Genau. So, Leute, ich bin wieder an der Reihe. Ja, man braucht auch Zeit. Ja, wie war das hier nochmal? Warte mal an die Kamera. Ich habe jetzt auch wirklich 20 Minuten gespielt. Die sollten doch hier warten, ne? Aber die kamen ja gar nicht zurück. Ja, der kommt auch nicht zurück. Oh, Junge, mein Controller. Ja, dann gehst du da mal raus am besten, ne? Oh, da kommt einer. Oh, Ketten. Lauf an dem vorbei, lauf. Ja, wie denn? Oh, nein. Mit L1? Ja, tut mir leid. Kein Problem, lauf einfach da raus. Mach Nachtsicht aus. Da drüber, genau. Links und da hinten rein. Optimal. So. Gucken wir mal, ob da irgendwas liegt. Ich glaube, der kommt nicht mehr. Aber ich höre die Ketten noch. Der kommt. Ja. Bleib mal da irgendwo in der Ecke, genau. Hat er mich gesehen? Ne, der steht da. Aber wo war ist der Weg? Warte erst, warte. Geh ganz weit zurück in die Ecke. Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Vielleicht hätten wir, rechts neben dir ist, glaube ich, eine Türe. Ich bin mir nicht sicher. Aber lass den erst mal, guck, der geht weg. Und dann gehst du gleich erst mal zum PC. Und dann guckst du... Oh, der geht doch nicht weg. Na, warte erst mal. Mhm. Und dann gucken wir mal, ob wir am PC irgendwas finden. Ich glaube, da lag vielleicht eine Batterie. Ja, er geht raus. Warte, bis er rausgeht. Warte, bis er rausgeht. Da könnte... Ja, da ist ein Raum, wo er... Genau. Hier. Ja. Aber geh erst mal links von dir. Nee. Da war doch nichts. Weiß ich nicht. Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Lauf. Und raus da. Ja. So, jetzt kommt er nicht mehr. Puh. Ja. Optimal. An alle Mirkoff-Mitarbeiter. Eine Evakuierung ist im Gange. Bitte beheben. Ja, die Frage ist, wie weit sind wir jetzt, ne? Das weiß ich nicht. Okay, wir müssen zum Verwaltungsblock kommen. Okay. Oh. Dann bin ich ja mal gespannt. Guck mal, ob hinter dir in dem einen Raum, der so hell ist, ob da was ist. Vielleicht liegt da irgendwo hier eine Batterie oder kannst du... Ah, siehst du, kannst Türen aufmachen. Ja, ich meine, da wäre auch der Weg. Ah, nee, da ist ja... Klar, da ist der Weg, ne? Hier. Da ist der Weg, genau. Ja. Ja, da musst du rechts rum. Boah, ich habe Angst. Es ist so dunkel hier. Ja, du musst ein bisschen schneller sein. Sonst haben wir gleich echt keine Batterie mehr. Ja, warte mal. Hier. Drei-Eck-Batterie-Wechsel. Siehst du, und das ist die Szene. Die siehst du dann in dem ersten Teil, dann ist es fertig. Ja, genau, wenn man da... Und das ist der Priester, oder? Nee. Nee. Der ist das nicht. Okay. Hätte ja sein können. Nee, nee, nee. Und das Loch war ja auch schon da. Also, das ist ja... Du musst auch, glaube ich, jetzt ins Loch. Ja. Ach, da bist du... Ach, da liegt eine Akte. Da kann ich dir... Ich will da irgendjemand schreien. Ja. Da kann ich dir aber auch schon direkt sagen, dass da gleich noch... Die tun dir nichts. Geh mal da hinten in die Zelle, die offen ist. Vielleicht liegt da was. Ich kann dir aber direkt schon sagen, dass nachher noch... Da liegt doch was. Da liegt doch eine. In der Batterie. Dass du nachher noch verfolgt wirst. Und dann kannst du hier in den Raum und dann eventuell rechts da in den Schrank. Das war sehr nett, dass du mir das sagst. Ja, so bin ich. Mhm. Ja. Warte mal. Was denn? Warte mal, wie sind die runtergekommen? Ja, geradeaus musst du, geradeaus. Und denk an die Batterien, ne? Oh Gott, einer von ihnen ist gekommen. Es ist nicht mehr Mensch. Es ist nicht mehr Mensch. Hier, dreh dich jetzt mal rechts. Moment. Ich weiß nur, dass im normalen Teil war da jemand in dem Raum, ja? Genau, genau. Mhm. Du wirst aber gleich verfolgt. Guck mal, ob wir da was in dem Raum finden. Und dann kannst du ja hier den Raum zurücklaufen. Und dann kannst du dich hinten verstecken. Willst du dir den Raum nicht angucken? Hinter dir? Hilfe. Nein, nicht wirklich. Hilfe. Okay, gut. Oh Gott, da kommt jetzt jemand in. Ja. Ich glaube, der ist hinter dir. Lauf. Lauf. Nimm die Beine in die Hand. Link in die Hand. Und da drüber, und da drüber, und da drüber. Lauf, 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 lauf. Ich habe keine Ahnung. Ja. Oh, Sackle, da raus aus dem Fenster. Hier geht doch. Los. Was für ein Glück. Gut, dann haben wir uns das jetzt alles gespart. Das ist schon mal sehr gut. Ja. Es lädt und lädt und lädt. Ja, kannst du dich ein bisschen entspannen. Aber nur kurz. Und es lädt immer noch. So. Oh, ist ja dunkel. Ähm, warte mal. Kamera. Jetzt müssen wir mal gucken, wo du bist. Da ist ein Strauch. Da, glaube ich, ich glaube, links musst du rein. Moment, ich wechsle erst mal kurz die Batterie. Schon wieder? Okay. Ja. Da musst du, glaube ich, rein. Ist, glaube ich, egal, wo du... Da, wo, da, da hinten. Warte, ich gucke einfach mal. Ich weiß nicht. Ah, hier kommt man runter, ja. Oder darunter, ja. Ich habe keine Ahnung jetzt. Mhm. Die Frage ist jetzt wirklich, wo bist du jetzt? Draußen. Irgendwo. Ja. Guck mal, unter dir ist direkt Licht. Vielleicht kannst du da rein. Oh. Oh. Komm, weiter kurz wieder hoch. Hm. Hier runter. Guck mal, ob du die Tür aufmachen kannst, wo das Licht ist. Ja, warte, ich muss mal kurz da ran suchen. Da ist aber keiner, oder? Nee. Ich sag dir schon, wenn was kommt. Da ist eine Tür. Aber ob die auf geht, ist eine andere. Frage, nee, die ist zu... Nee. Ja, gut. Also? Hm. Was ist denn da? Dann würde ich mal sagen, Richtung Licht, ne? Hier ist bestimmt wieder der Metzger, oder? Nee. Da flüstert jemand. Geh mal Richtung Licht. Ich hab Angst. Muss es einen anderen Weg geben. Ja. Boah, wie war das denn da nochmal? Oh, es ist dunkel. Es ist schon arschdunkel. Okay. Ah, da. Ja, mal gucken, ob die Tür aufgeht. Ja. Die geht auf. Ja, wunderbar. Na, lauf mal, ne? Das ist mir irgendwie... Da kommt ja jetzt einer nach. Das... Ja, da muss ich, glaube ich, raus. Nee, da muss ich mal lang. Boah. Okay. Und jetzt das tauchen. Nein. Ja, fast. So, kurz die Batterie. Ich vergaute die ganzen Batterien. Ja. Ich hab keinen Bock, da nachher zu stehen. Ja, nee. Aber ich steh da nachher da. Und dann... ...die Batterie leer. Und dann muss ich wegrennen. Und dann hab ich keine Zeit zum Wechseln. Ja, guck dich da mal um. Das ist ja die Kirsche. Guck mal, links, wo Licht ist. Angst. Bitte. Links ist bestimmt... Da findest du bestimmt eine Batterie. Oder? Ja. Ja, die Frage ist, musst du jetzt da lang oder da hinten? Also hier links rein. Ja, ich denke mal hier irgendwo. Weil du kannst ja da... Nee, hier war... Ähm, nee. Hier ist alles zu und... Du musst bestimmt... Du musst bestimmt erst den Strom ausschalten, da, oder? Man muss auf jeden Fall hier rein, ja. Wo bist du denn dann? Nee, hier ist auch zu, oder? Oh, da liegt was. Da liegt ein Dokument. Mal gucken, ob links neben... Da ist jemand. Ja, ja, da war... Da ist doch einer. Warte mal. Das ist doch der... Wer war das denn jetzt? Aber das ist... Keine Ahnung. Guck mal, da kommst du rein und da liegt eine Batterie. Cool. Das ist... Äh, entweder... Der... Killer-Koch... Oder... Mh... Der hat hier jetzt ein bisschen mehr an, glaube ich. Also müssen wir da lang. Ja, aber... Ich höre irgendwas, oder? Hörst du was? Ja, diese Summen da hier von... Aber ich glaube, du musst erst mal den Strom ausschalten. Ja, aber wie? Vielleicht musst du hinten durch. Oder geht das hier auf? Nee. Dann musst du bestimmt geradeaus. Hinten durch die offene Türe. Du meinst, wo ich eben war? Ja, da, wo das Licht ist von dir. Rechts. Und da geradeaus. Dann musst du vielleicht da hin. Mal probieren. Oh. Vielleicht läufst du einmal rum oder so. Ich weiß es nicht. Sind wir nicht von hier gekommen? Nee. Ah, siehste. Du läufst... Im Kreis. Nee, das ist... Ist richtig. Geh da mal rein. Okay. Da kommt aber gleich einer. Hör auf. Mach das Licht aus. Äh. Ich mein doch. Ja, geh mal weiter. Hast du jetzt schon wieder gewechselt? Nee, die war doch leer. Boah. Oh ja, das liegt irgendwie... Guck mal. Ah, ja, genau. Naja. Voll leerlaufe. Guck, da hinten ist der Schalter. Und dann würde ich sagen, nimmst du die Beine in die Hand. Leg den Schalter um und dann da wieder raus und hinten rum. Schocker. Dankeschön für die Trophäe. Bitte sehr. Ja, und jetzt da raus. Geblendet. Jetzt lau. Er hat ja Ausdauer hier ohne Ende, ne? Ja, ist doch gut. War der nicht da? Ja. Jetzt hier wieder rechts. Und dann könntest du da die Dinger auch... Die Türen auch... Warum musst du da rein? Hä? Warum ist denn da wieder Strom drin? Ah! Was denn? Du musst wieder zurück. Wo wir hier oben waren, hat er den... Ähm... Den Strom, äh... Wieder angemacht. Das heißt, du musst jetzt wieder zurücklaufen. Und es kann sein, dass der jetzt da unten steht. Boah, das ist ja nicht dein Ernst, oder? Doch, da war irgendwas. Wofür bin ich denn jetzt überhaupt? Ja, das musstest du einmal machen. Ja, weil der jetzt genau da wartet. Jetzt würde ich ausmachen. Äh, steht irgendwo hinten um die Ecke, meine ich. Nein, wenn du... Wenn du näher Schalter bist. Siehste? Da Blut jetzt. Hier einfach mal. Geh, geh, geh. Nizia ist nicht mehr da. Leg mal den Schalter um. Jetzt aber. Oh, meine, meine Ohren. Meine Ohren. Der war doch noch gar nicht da. Ich hab erst keine... Ich hab extra da in die Ecke geguckt, ey. Das ist ein Künstler. Zauber. Oh, mein Ohr. Ja, dein Problem. Ich glaub, die fangen schon an zu bluten. Das ist ein Künstler.